Deutschland ist das Land der Kaffeetrinker. Mit einem Pro-Kopf-Verbrauch von rund 166 Litern im Jahr ist Kaffee mit all seinen Varianten die uneingeschränkte Nummer 1 unter den Heißgetränken. Doch es gibt weit mehr als den klassischen Filterkaffee. Einige Kaffeespezialitäten wie Cappuccino, Latte Macchiato oder Kaffee-Creme brauchen neben Espresso aber noch einen guten Schuss cremigen Milchschaum ins Kännchen oder die Tasse. Wer keine Espresso-Maschine hat, der kann aufgeschäumte warme Milch mit einem Milchaufschäumer machen und zaubert dem Heißgetränk leckere Milch zu, die schäumt. Das erste Produkt auf unserer Liste ist WMF Lono Milk & Amp. Choc Milchaufschäumer Caso Fumini Crema Milchaufschäumer. Der WMF Lono Milk & Amp. Choc ist ein Induktionsmilchaufschäumer. Er wird aus Chromagang gefertigt und hat eine Leistung von 650 Watt. Seine Höhe beträgt 23 cm und seine Breite 20 cm. Ausgestattet ist das Gerät mit einer beleuchteten Taste, einer Schnaupe und vier Funktionen. Dank der Schnaupe soll es möglich sein, das Getränk tropffrei in eine Tasse oder ein Glas zu gießen. Zu den vier Funktionen gehören Kalter Milchschaum. Mit diesem Programm lässt sich kalter Milchschaum beispielsweise für Desserts oder Eiskaffee herstellen. Heißer Milchschaum. Das Programm dient zur Herstellung von heißem Milchschaum, zum Beispiel für einen Latte Macchiato oder einen Cappuccino. Heiße Milch. Die Funktion eignet sich zum Erhitzen von Milch. Heiße Schokolade. Mithilfe dieser Funktion besteht die Möglichkeit, eine heiße Trinkschokolade aus Schokoladenstücken zuzubereiten. Das zweite Produkt auf unserer Liste ist Gräf MS701 EU Milchaufschäumer. Der MS701 EU von Gräf ist ein Milchaufschäumer mit einer Leistung von 600 Watt. Aus 200 ml Milch macht er laut Hersteller 400 ml feinen, cremigen Milchschaum in Barista-Qualität. Laut Amazon-Kunden dauert das Aufschäumen etwa 5 Minuten. Alternativ lassen sich bis zu 350 ml erhitzte Milch für Milch und Instantgetränke in den Milchaufschäumer geben. Für ein präzises Befüllen ist im Inneren des Milchkännchens eine Füllmengenmarkierung angebracht. Bedienen lässt sich der Gräf MS701 EU über zwei beleuchtete Knöpfe für die Zubereitung von warmer und kalter Milch. Die Milchaufschäumer setzt sich aus einem Außengehäuse aus Kunststoff, einem Milchkännchen aus Edelstahl und einer Basiseinheit zusammen. Das Milchkännchen ist für die Reinigung in der Geschirrspülmaschine geeignet und lässt sich dank Zentralkontakt in jeder beliebigen Position auf die Basiseinheit setzen. Der Milchaufschäumer von Gräf ist GS- sowie CE-zertifiziert und für eine sichere Handhabung mit einer automatischen Sicherheitsabschaltung ausgestattet, die die Stromzufuhr beim Abheben von der Basiseinheit unterbricht. Der Milchaufschäumer zeigt ein weißes Design mit schwarzem Griff und misst 20,5 x 16,5 x 16,5 cm in Höhe, Breite und Tiefe. Sein Gewicht beträgt 1 kg. Halten Sie diese Liste für sinnvoll? Hinterlasse einen Kommentar für uns. Den Produktlink findet ihr in der Videobeschreibung. Denken Sie daran, den Kanal zu mögen und zu abonnieren, um über die neuesten Bewertungen auf dem Laufenden zu bleiben.